Das war sehr schwierig und auch hart. Es freut mich sehr, heute einen besonderen Film vorstellen zu dürfen und auch das Interview zu machen, nämlich zu Hashtag Manhole. Für Spirit, ein Lächeln im Sturm, ein Kulturmagazin machen wir das Interview und zu Spirit Meets, den YouTube-Channel. Und es freut mich ganz besonders, den Regisseur hier zu haben und den Hauptdarsteller, Kazuyoshi Kumakiri und Yato Yuta Nakajima. Ich war wirklich sehr beeindruckt von dem Film. Ich habe den vorgestern Nacht gesehen und ich bin schlagartig hellwach gewesen. Es war unglaublich spannend, aber der Film ist nicht nur spannend, sondern für mich ist es auch eine Kritik in gewisser Hinsicht an unserer modernen Online-Gesellschaft. Weil wenn er halt in diesem Loch gefangen ist, legt er ja unter anderem auch ein Fake-Profil an und gibt sich als Frau aus, damit er halt gerettet wird. Das ist einer der Clues. Wir wollen nicht zu viel spoilern, auf jeden Fall. So sieht der Regisseur das genauso. Und natürlich auch die Frage an den Hauptdarsteller, ob das also auch über die Spannung und den Horror, den es am Ende auch hat, letztendlich auch ein bisschen Gesellschaftskritik ist. Weil Internet kann helfen, zu retten, aber es kann auch vieles kaputt machen, wie man ja vielleicht sieht dann im Film. Vielen Dank. 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 . . Vielen Dank. Wie war das? 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 Ich fühle mich den gleichen Emotionen bei dem Anfang. Aber er hat sich verändert. Er hat sich verändert. Er hat sich wieder zu verabschieden. Er hat sich immer wieder zu verabschieden. Er hat sich wieder zu verabschieden. Das war sehr schwierig. Und auch schwer für mich. Er hat sich diese Dinge zu verabschieden. Er hat sich auch zu verabschieden. Aber also, in einer bestimmten Situation, ich musste alles, die in der Mann-Hole passieren, zu den audiencesen. Also, ich musste in der Mann-Hole diese Charaktere die in der Mann-Hole war. Ich wollte es sehr, das war lustig. Und gut gefilmt. Ich habe mich gefragt, die directorin und auch Yuta, wo war das? Was es eine spezielle Location? Was es in einem Studio? Oder was es in einem Bar oder Club? Ich weiß nicht. Ich habe mich gefragt. Ich habe mich gefragt. Was ist der erste Mal? Was hast du bei den Einstieg? Was hast du in den Augen aufgeführt? Als ob es zu verabschieden? Das war die Einstieg. Ja. Es ist gut, da. Ja. Das war's. Ja. 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 Ich will nicht zu viel spoilern, was die Intention für den Direktor zu mixen mit allen Genres? Und hat er auch ein paar Influen von seinen Favoriten Filmen gegeben? Vielleicht von japanischen Klassik, aber auch von anderen internationalen Filmen? Was für ihn das Intention für einen guten Thriller ist das? Ja, ich habe viele Dinge mit auf der Zwischen Klassik-Koll. Ja, ich habe viele Jahre, die ich habe in den Klassik-Koll. Das ist alles, was ich in den Klassik-Koll? Was ich am Stieg-Koll? Was ich am Stieg-Koll? Was ich in den Klassik-Koll? Ich finde diese Sachen wie bei der ganzen Welt, Ich denke, dass die Genre der Genre einbauen ist. So, in diesem Genre gibt es alle Farben, und ich möchte die Zuschauer die verschiedenen Genres senden. Jetzt sind Sie Teil des Berlinale Specials. Ist es das erste Mal, Sie sind hier in Berlin und in Berlin? Was sind Ihre Impressions des Filmfestivals? Und vielleicht haben Sie auch Zeit, um die Stadt zu sehen? Both of you have a question, so you must also translate for him. Was ist, wie ist die Welt in Berlin? Was ist das, was Sie, wie ist die Welt im Filmfestival? Wie ist die Welt im Filmfestival? Was ist die Welt im Filmfestival? Ich habe hier nicht viel Zeit gehabt, aber ich habe einen Massive Gate gesehen. Was heißt die Brändenbüge? Ja, die Brändenbüge. Ja, das war großartig. Und auch die Kultur ist wunderbar in Berlin. Aber heute ist es ein schweres Schäuble. Ich hatte nicht viel Zeit. Aber es ist meine erste Zeit, Deutschland zu besuchen. Und ich bin sehr froh, dass hier bei der Grammar-Event mit den Akten und Direktoren aus dem ganzen Welt. Und ich bin auch sehr froh, um zu erleben, zu erleben, die Kultur-Exchange durch einen anderen. Ja. Und zu sehen, meine Filme mit den Audiensten von hier, war wirklich unglaublich. Ich bin sehr froh, weil ich wirklich, wie sie reagieren können. Ja, ich bin sehr froh. Cool. Ich möchte noch ein paar Mal zurück. Ich möchte noch ein paar Fragen zurück. Ich möchte noch ein paar Fragen, bitte. Ja, bitte. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Und ich möchte noch ein paar Fragen, weil es auch für die deutsche Medien ist. Ich habe mich sehr beeinflusst von Werner Herzog und seinem Film Kaspar Hauser. In der Fall ist auch in Kawamura-Karacters-Wedding-Movie. Und das war meine Hommage zu Werner Herzog. Vielleicht wissen Sie nicht, aber der Film Kaspar Hauser, Jeder für sich und Gott gegen alle, ist hier auf dem Festival als Berlinale Klassik. Sie zeigen es. Sie zeigen es. Ja, hier. In den nächsten Tagen. Sie zeigen es. Oh, das ist gut. Ja. Ja. Es ist wirklich wahr. Ich liebe diesen Film auch. Und aus meiner Kindheit habe ich ihn gesehen. Und dann später auch ich mit Werner Herzog, persönlich. Ich liebe den Film. Es ist eine gute Idee, mit Kaspar Hauser, zu sein und wieder in den Welt zu kommen. Es ist interessant. Es ist gut, dass Sie ihn nennen. Wenn Sie den Film namen, und das ist auch meine nächste Frage. Ich habe eine Frage. In meinem Spirits, Smile in the Storm magazine. Ich war 16. Ich war 16. Ich war der erste Publisher und Publisher und Editor. Ich bin immer noch nicht in der Zeit. Und ich frage die Ärzte, Direktoren, Musiker und andere Menschen über ihre Lieblingsfilme. Kannst du mir drei all-time-favorite Filme? Und bitte geben Sie einen kurzen Grund. Ich zeige dir meine all-time-favorite Filme. Es ist Nanki-Yoko-Monogatari. Vielleicht mit Taro und Jiro in der Antarktik. Ich liebe es so sehr. Ich habe auch einen Interview mit Vangelis, der Composer. Beautiful Music. Das ist meine Lieblingsfilme. Aber in general, international-japanische Filme, bitte nennen Sie Ihre Lieblingsfilme. Ich liebe drei Filme. Ich liebe drei Filme. Ich liebe es. Ja, nein, nein. Wer geht es erst? Dann, ich gehe jetzt. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Die alten oder die alten? Die alten. Da gibt es viele Star Wars. Einzelnen. All of them. Als ich ein Kind war, habe ich die Star Wars 3 auf TV gesehen, mit meinem Großvater und meinem Vater. Und es war ein Traum, um es zu benutzen, oder ein Lichtsabler zu benutzen. Ja, das ist ein Traum für Kinder. Ja, ja. Und dann, der zweite ist, Interstellar. Oh, das ist eine Science-Fiction. Ich habe viele meiner Lieblings-Aktoren, aber wenn ich sage, ich liebe Matthew McConaughey. Und erasiere, wenn er krizt, er, ja. Er löst nicht vor sich, für seine Teort. Er versucht nicht zu krizen, aber er kri soll sich essen. Ich glaube, das war wirklich toll für mich. und ich wurde von ihm beeinflusst. Und der dritte ist es hereditary. Ja. Actually, ich bin nicht der Person, die solche Horror-Movie zu sehen. Aber er hat mich zu sehen. Und dann, ich habe nicht gesehen, von Netflix zu sehen. Und ich habe ihm was ich gesehen habe. Und er hat auch zu sehen, die Horror-Movie zu sehen. Und dann, ich habe so viel über Hereditary gesprochen. Und wenn du die Star Wars erwähnt hast, du kennst es auch eine japanische Version von Star Wars Vision. Es ist eine Serie für den Disney Channel. Und ich habe es gesehen. Es ist wirklich unglaublich. Es ist die Serie von der Videospiel in der Videospiel in der Videospiel von der Videospiel und ich habe es geschrieben. Und jetzt ist die nächsten die Serie. Ich liebe es. Es ist total verrückt. Es ist die Spiele. Oh, ja. Ja. Okay, aber wie ist das? 3本 ist es für michael-chimino-dea-hunter. Und dann ist er auch für die Sante Sangre. Santa Sangre Alejandro Chodorowsky Michael Haneke Pianist Ich bin ein Freund von Isabel Hüppert und Michael Haneke Er ist ein wirklich guter Mann Er ist Austrian Ja, es ist nicht so, es ist nicht so, es ist Instagram oder Facebook, ich sehe viele Bilder Also meine Titel picture ist mit Isabel Ich weiß sie seit 12 Jahren, sie ist wirklich gut Ja, und ich habe es auf dem Wasser Er ist ein Pianist, also ein Pianos-Sensei Ich sehe das, wie ich es Okay, so this was a wonderful interview I could talk with you for hours more But now we have to, you have to do the next I have to do the next, we do now our picture together For the thumbnail, please And you are always welcome to Berlin Come back again Yeah, I'd love to Bye-bye 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 Vielen Dank.